So, hallo nochmal Leute, Silo war, äh, leider beendet, weil sie bringen meinen Sprecherplatz, deswegen mache ich nochmal YouTube-Videos und diesmal ist Daniel dabei, er macht diesen Glitch, ja, es gibt besonderlich einen Glitch jetzt, ich hab schon noch mal nachgemacht, wo man mal wankt muss, und dann mit dem Zuniger, und dann hat man es schon geschafft. Wie gesagt, ich hab 200 Skins gemacht, kann ich euch nochmal zeigen, ich hab Afka-Skins, und, äh, Agenten-Skins, da habe ich meine Charaktere, da habe ich Osterich-Skins gemacht, da habe ich Bananen-Skins gemacht, Bienen-Charaktere, und jetzt hab ich mal einen Pfiff, ja, so, das Skins durchgucken, und alles Skins einfach zeigen, weil ich Fuss haben jetzt so, einfach mehr, so, das Skins, so, das Skins, einfach, jetzt behandelt manne mich nicht, so, da sind die Hugh-B learned anderen Skins, ist das noch von Minecraft, James Bond Skins, habe ich auch noch gemacht, weil ich einfach nicht, auch hinter mirless leather und dejarстро änd Justice Ex-jugador, hier ist die Ten-Euro-Skins, die alte ruhige Wellens-lücksparse, die Fortnite oben in der Welt, Hier habe ich eigene Puppen und Skins gemacht. Hier habe ich sogar ein Doppel-Skins gemacht. Manche für High-Skins habe ich vor zwei Papieren. Der erste Skin, den ich noch nicht hatte. Ich habe auch noch einen Doppel-Skins gemacht. Hier habe ich echt eine Menge gemacht. Das muss man schon sagen. Das muss man echt schon sehr gut sagen. Ich würde auch beeindrucken können. Und russischen Skins gemacht. Ja, ihr könnt abonnieren. Abonniert mich. Ereignung könnt ihr gerne machen. Kommentiert ruhig. Aber keine Beleidigung sonst. Ich hatte solche Bleibungen auf Kommentaren. Ich habe keine Beleidigung auf Kommentaren. Verstanden? Ja. Ansonst. Ich hatte solche Beleidigung auf Kommentaren. Falls kommt auch Dislike mit dem Kommentaren rum. Ich weiß gar nicht, wie man schon bezahlt. So. Alles. Und... Und... Und damit ist immer ein Video. Okay. Ich habe noch eine Adresse wegen Freunden, die ich noch hier habe. Zeige ich euch auch mal gerne. Ich gehe das jetzt langsam mal durch. Ich habe echt noch sehr viele Freunde. Ich kann schon sagen. Das läuft schon ziemlich gut. 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 Hier sogar Emily. Die war von gestern noch Freund. Ich weiß. Ich habe alle Namen durch. Alle haben. Und wir müssen doch einfach mal zufrieden. Und wir müssen doch einfach mal zufrieden machen. Kann man machen. Ich habe eine Argumentation näher. Oh ja. Hier lassen wir uns jetzt nichts mehr Drama genau. Jetzt müssen wir auch mal machen. So können wir rausnehmen. ettet. Gut. Okay. 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 Ansonsten. das was ich habe alle vorliegenden aber deine letzte Easing kriegt den Glitch nein, ich verkack manchmal immer schon mit dem Glitch aber ich hab doch jetzt das andere aber ich hab doch jetzt schon ich hab doch jetzt schon aber ich hab doch jetzt noch eine Art Sofette und ich hab schon so gut gut das ist gut so machen so machen das ist gut so machen also hinsetzen und nichts mehr so und 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 Musik Okidoki Vielleicht mache ich noch ein Gaming Video, also ich mache praktisch beides, aber man kommt Ja, für die passt doch in so ein Gaming Videos Also allgemein ich mache verschiedene Videos, auch Games, auch Zugvideos, oder auch vom Bus oder auch für Landschaft haben wir auch noch solche Videos, auch von Tieren, ja. Hauptsache, das ist ja auch gut so. Ja. Wir haben uns, denke ich, auf eine Insel, ah ok, dann ist er aufgegangen, ok. Ok, ok. Sonst, wenn es noch da ist auf der Insel, Diamond denke ich auch auf der Insel, ich gehe mal kurz mal da nachschauen. Mh, hm, hm. Mh, hm. Mh, hm. Lange wirst du. Mh, hm. 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 Ich will es aber aufhören raus... Ach egal... Eigentlich wollte ich noch mal nur noch erzählen wegen dem neuen Bücher, aber vielleicht kommt er noch mal später... So kann ich mir da raus, mal schauen... Ah, es gab noch ein neues Update, man kann den Chat einstellen, was man machen kann... Ja, es gibt, warte mal... Man kann sich auf Online stellen, Looking for Chat einstellen, es kommt mit Working for Roleplay... Aber ich denke, es ist etwas mit dem Mondzeichen... Mit dem Mondzeichen... Was ich denke, dass man gar nicht einstellen kann... So ein Blas mit einem Update-Device... Ähm, Schnee ist immer noch da, ich weiß... So, ich wünsche, es gäbe diesen neuen Server... Also deutscher Server, nur deutsche Leute drin wäre... Wäre erstmal cool gewesen und witzig eigentlich... Ja... Aber egal, vielleicht... Gucken wir noch irgendwas mal schauen... Vielleicht bringt es noch was mir auch nicht... Gucken wir schauen... Ehm... Ja, Leute, wenn ihr euch gefallen habt, lasst ein Like da... Abo da... Kommentiert einfach ruhig... Aber bloß keine Beleidigung, okay... Im Kommentar sonst... Sonst muss ich einen Typen... Bisschen Grund... äh... Bauen... Ja... So, ich finde das Spiel... Guck, so heißt mein Skin... Nicolas Joté ist eigentlich für Youtube... Ja, kann man auch schon einen Skinshot machen... Ja... Ich glaube, ich kann euch auch noch mal ein bisschen kurz zeigen... Bisschen schnell durchgehen... So... Ja... Einfach... Alle Skins einfach durch... Ich gehe dann... Ich habe R200... Schon voll... Ich weiß... Aber ich habe noch einen Dino-Gamer... Passt eigentlich auch... Ja... Da habe ich einen Journalist-Play-Skin... Ich weiß... Habe ich auch gemacht... Vor ein paar Tagen... Wie ich das... Egal... Dann habe ich noch Minecraft-Skin... Zählt mir lang... Hat er keine Haare... Ich weiß... Habe nur so... Nur gemacht... So... Ich mache einfach mal weiter... Und meine Pokémon-Skin habe ich noch gemacht... So... Alles jetzt komplett durchgehen... Egal... 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 Nächstes Mal... Vielleicht mache ich wieder mal ein Video... Äh... Videos... Auf Youtube... Ok... Und... Ich bedanke mich auf Youtube... Danke fürs Zuschauen... Danke fürs... Äh... Egal... Hab schon gesagt... Dann... Bis zum nächsten Mal... Ciao... Eure Nico...